Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Heute gibt es wieder PicoNews und zwar das Update 5.8.2. Da habe ich jetzt ein Update bekommen. Ich bin in so einem Beta-Programm, kann sein, dass ich als einer der Ersten das bekomme und später wird es dann offiziell ausgerollt. Und ja, ich habe jetzt den Hinweis bekommen, 5.8.2 steht bereit, möchtest du installieren. Und dann habe ich mir erstmal den Change-Log rauskopiert, den gehen wir gleich mal gemeinsam durch und habe das dann eben auch installiert. Und ja, es ist mir jetzt nicht direkt auf Anhieb super viel aufgefallen, da muss man wirklich mal im Detail reinschauen. Deshalb auch der Change-Log. Ja, schauen wir gleich gemeinsam mal in den Change-Log rein. Bevor jetzt Fragen kommen in den Kommentaren oder Sonstiges, warum ich hier Pflaster habe, auf der Nase, habe ich eine Hautveränderung gehabt und meine Hautärztin hat gesagt, das sollten wir definitiv dann mal abklären lassen. Und dann wurde mir hier eine Hautprobe entnommen. Die ist jetzt eingeschickt worden und jetzt muss ich abwarten, ob es etwas Gutes oder etwas Böses ist. Und ja, die Meldung habe ich wahrscheinlich Ende der Woche. Wenn alles gut läuft, dann weiß ich auch Bescheid, wie es weitergeht. Und ja, hier wurde mir dann direkt was mit weggemacht, was nichts Schlimmes war. Aber ja, wenn man schon mal unter dem Messer liegt, kann man dann auch mal direkt was anderes noch wegmachen lassen. Von daher habe ich das dann direkt machen lassen. Ja, jetzt heißt es Saum drücken. Das könnte auf jeden Fall für mich machen, dass alles in Ordnung ist, dass es was Guthaltiges ist. Und dann kann es auch weitergehen. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt mal in den Chain-Glock rein. Und ja, ich habe das hier mal rauskopiert und schauen wir das Ganze mal gemeinsam an. Funktionsupdate 5.8.2, Symbolverbesserung für Android-Apps. Das Android-App-Symbol in der Headset-Benutzeroberfläche hat jetzt einen moderneren und verbesserten Look. Ich habe eben mal reingeschaut, die Logos sehen irgendwie einen Tick anders aus. Ich bin mir aber jetzt gar nicht sicher, was genau damit gemeint ist. Schauen wir dann mal rein, wenn es dann direkt auffällt. Ja, dann haben wir hier Kompatibilitätsverbesserung für Android-Apps. Ein Problem, das in einigen Apps Anzeigeprobleme verursachten, wurde behoben. Ja, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Dann haben wir hier Verbesserung für den Gesten-Algorithmus und die Präzision der Handverfolgung für verbesserte Gesten-Kompatibilität für verschiedene. Schauen wir jetzt weiter rein. So. Für verschiedene Hauttöne, Behebung eines Problems, das eine Verzögerung des Gesten-Modells verursachte und Verbesserung der allgemeinen Handverfolgung und Stabilität in Situationen, in denen sich die Handflächen überlappen. Also generell der Algorithmus der Handerkennung, Finger-Tracking und so weiter wurde verbessert. Ist natürlich auch sehr wichtig, dass da weiterhin gearbeitet wird. Und da hat Meta, glaube ich, noch die Nase vorn. Und ja, ist gut, dass da weiterhin gearbeitet wird. Und ja, aktuell, also ich mache da gar nicht, persönlich mache ich da gar nicht so viel mit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Selbst Spiele auf den anderen VR-Brillen, die das dann unterstützen, finde ich mit, ja, Hand-Tracking jetzt nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen. Da spiele ich wirklich lieber mit Controller, weil es einfacher geht. Ja, dann haben wir Punkt 4, Ruhezustand hinzugefügt. Wenn der Benutzer in den Schnelleinstellungen auf Power klickt, wird jetzt die Option Ruhezustand angezeigt. Sobald diese Option ausgewählt wird, schaltet sich der Bildschirm sofort aus und das Headset wechselt zwei Minuten später in den Ruhezustand. Also wir haben jetzt hier so einen Standby, wo der Energiesparmodus wahrscheinlich aktiviert wird, Display wird ausgeschaltet und so kann es nicht passieren, dass man, ja, eventuell dann die Brille nimmt und merkt, oh, Mist, Akku leer, ist immer gut. So ein Ruhezustand ist immer super, dann hat man das auch schnell aufgelegt. Also ich fahre das Ding immer runter und mache alles manuell, weil dann weiß ich, das Ding ist aus, spart Akku und ich kann das Ding nun nehmen. Also es ist mir mit der Meta sehr oft passiert, obwohl die ausgeschaltet oder im Standby war, dass ich die angezogen habe nach, weiß ich nicht, drei, vier Tagen und das Ding war leer. Keine Ahnung warum, wieso, weshalb hat sich ein Standby irgendwas leer gezogen. Das hatte ich nicht nur einmal, ist mir mit der Pico jetzt zum Glück noch nie passiert, weil ich die dann meistens auch wirklich ausschalte, ab und zu auch nur in so einer Art Standby. Aber ja, gut, dass es diesen Ruhezustand jetzt auch gibt. Und dann haben wir Punkt 5, IPD-Werteanzeige. Pico4-Werteanzeige, da gehen wir jetzt mal ganz drauf rein, IPD-Werteanzeige hinzugefügt. Aktuelle IPD-Werte werden jetzt im Bereich der Schaltfläche IPD-Anpassung in den Schnellanstellungen angezeigt. Wenn die IPD angepasst werden muss, können die Benutzer ihren aktuellen IPD-Wert auf diesem Bildschirm sehen und entscheiden, ob Anpassungen erforderlich sind. Nur Pico4 Pro und Pico4. Ja, vorher musste man, glaube ich, immer noch so ein extra Menü, um in die IPD zu gehen. Und scheinbar, so liest es sich jetzt für mich, dass man in den Einstellungen direkt so einen IPD-Button hat. Muss ich mir dann aber auch nochmal anschauen. Dann Funktionen zur Verbesserung der Videoqualität, der Superauflösung, Schärfung und so weiter hinzugefügt unter Einstellungen. Gehen wir nochmal weiter. Ich habe leider keinen Change-Log gefunden, der wirklich auf einer Homepage stand. Ich habe auch eben mal Pico noch angeschrieben, habe bis dahin keine Meldung bekommen. Deshalb habe ich es einfach rauskopiert. Das ist auch gar nicht so verkehrt, wenn wir es jetzt hier direkt haben. Also hinzugefügt unter Einstellungen. Lab wurde eine Umschaltfläche für Videoqualität verbessern hinzugefügt. Nach der Aktivierung werden Schärfung und Farboptimierung auf Systemvideos angewendet. Ja, also wenn man wirklich dann Videos in der Brille schaut, gibt es jetzt da Verbesserungen, was die Videoqualität angeht. Ist natürlich auch sehr gut. Dann haben wir Controllerverfolgungsstabilität bei Verbindung mit 2,4 WLAN erhöht. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Also ich weiß jetzt nicht, wo der Zusammenhang zwischen WLAN-Verbindung und Controllerverfolgungsstabilität ist. Ob sich da irgendwas gestört hat bei 2,4 Gigahertz WLAN mit den Kontrollen. Das kann natürlich sein, wir haben verschiedene Funkwellen, die wir benutzen. Unser Handy, unser WLAN-Router. Wenn wir eventuell sogar zwei haben, können da die sich auch stören. Und wenn die Controller dann auch noch senden, kann es dann natürlich zu Problemen führen. Kann das zu Problemen führen und kann sein, dass die da wirklich dann was verbessert haben, wenn man wirklich die Brille mit 2,4 Gigahertz anstatt 5 Gigahertz verbunden hat, dass da Probleme gab. Ob es jetzt komplette Controllerverfolgungsstabilität gegeben hat oder Verbesserung der Verfolgung der Controller, kann ich jetzt hier raus nicht entnehmen. Wäre aber auch auf jeden Fall wünschenswert, wenn das da auch weitergeht. Ja, dann haben wir einen Punkt, der gehört nicht mehr zur Controllerverfolgungsstabilität, sondern einfach nur Problembehebungen. Das sind, ich glaube, 22 Punkte. Schauen wir uns die jetzt einfach mal gemeinsam an. Ein Problem wurde behoben, das verhinderte, dass einige 2D-Apps heruntergeladen, installiert oder geöffnet werden konnten. Also es gab wohl irgendein Problem mit 2D-Apps, dass die nicht installiert oder geöffnet werden konnten. Es wurde behoben. Ein Problem wurde behoben, also als Punkt 2, ein Problem wurde behoben, bei dem beim Verbinden von Bluetooth-Kopfhörern und der Verwendung von Miracast für das Screencasting zwar der Ton über die Bluetooth-Kopfhörer, aber nicht auf der Empfangsseite zu hören war. Also auf jeden Fall ein Audio-Problem beim Streamen mit Miracast. Gab es da Probleme? Und das wurde dann auch behoben. Habe ich noch nie benutzt, bin ich ganz ehrlich. Dann drittens. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Lautstärkeregelung zu Betriebsstörungen und Anzeigefehlern führte. Das habe ich noch nie gehabt. Also ich habe während verschiedener Apps immer die Lautstärke, passe ich immer mehr an. Das habe ich noch nie gehabt. Wer weiß, bei wie viel Prozent das auftritt. Und ja, scheinbar haben sie das dann auch behoben. Dann viertens. Ein Problem wurde behoben, das zu einer verlangsamten Bewegung der Umgebung nach dem Drehen des Kopfes führte. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob ich diesen Fehler mal hatte. Manchmal tauchen Fehler auf, die man auch gar nicht wirklich so direkt nur unterbewusst wahrnimmt. Und weil es dann im Spiel auch nicht so schnell auffällt. Kann natürlich sein, dass es auch nur im Home-Umgebung war. Wer weiß, wer weiß. Ist auf jeden Fall behoben worden. Dann, ein Problem wurde behoben, bei dem die Meldung kein Netzwerk gefunden erfolgte, nachdem das WLAN für eine gewisse Zeit ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wurde. Und das, muss ich sagen, hatte ich einmal. Da habe ich zum Verrecken irgendwie kein WLAN gefunden, habe dann komplett neu gestartet und dann ging es dann auch wieder. Den Fehler hatte ich mal. Dann haben wir sechstens. Ein Problem wurde behoben, dass nach dem Klicken auf die Schaltfläche Screenshot in den Schnelleinstellungen eine Fehlermeldung auslöste. Also das hatte ich noch nie. Ich habe öfter Screenshots gemacht, auch dieses jetzt hier mit der alten Firmware. Und das hatte ich noch nie. Ja, aber gut, dass sowas dann auch ausgemerzt wurde. Dann siebtens. Das Bildchenflackern, das bei der Überprüfung der Feedback-Einträge auftrat, wurde behoben. Okay, also wir können ja Feedback-Einträge in der Pico vornehmen, wenn uns irgendwas auffällt, wie wir das an Pico senden wollen. Und da gab es wohl Probleme. Asche über mein Haupt. Ich habe das Feedback-Eintragsformular auch noch nie in der VR-Brille benutzt. Ich schreibe meistens E-Mail mit Pico. Wenn mir irgendwas auffällt, schreibe ich dann lieber E-Mails. Dann haben wir achtens. Ein Problem wurde behoben, bei dem Bluetooth-Geräteduplikate angezeigt wurden. Okay, also das erkläre ich mir so, dass wir, sag ich mal, Bluetooth-Kopfhörer anmelden oder sonstige Bluetooth-Geräte und die tauchen dann zweimal in der Liste auf. Das stelle ich mir jetzt so vor. Ist mir aber auch nicht aufgefallen. Ich habe zwei Bluetooth-Kopfhörer angemeldet und hatte da auch noch kein Problem mit. So, dann neuntens, gucke ich mal kurz, ob ich da eine andere Auflösung habe. Nein. Ein Problem wurde behoben, dass die Übertragung zum Browser, jetzt muss ich weiter, ein Problem wurde behoben, dass die Übertragung zum Browser behinderte. Ähm, ich habe alle, also 90% meiner Pico-Aufnahmen habe ich alle über Screencast gemacht, also über Browser und das habe ich noch nie gehabt. Ähm, kann sein, dass so ein Problem muss es natürlich gegeben haben, sonst würde das hier nicht stehen, aber ist mir selber noch nicht aufgefallen. Dann, zehntens. Ein Problem wurde behoben, das zum Fehlschlagen von Controlleraktualisierungen führte. Und das hat mir ein Zuschauer berichtet und eine Zuschauerin, ähm, die hatte Probleme, ich weiß gar nicht, ob das bei Facebook war oder unter den Kommentaren, auf jeden Fall hat die ein Update gemacht, ein Firmware-Update und konnte auf einmal die Controller nicht mehr benutzen, die wurden nicht mehr angemeldet und ich habe dann auch versucht, äh, die Probleme zu beheben, habe dann auch mit Pico noch geschrieben, habe dann aber auch keine Rückmeldung mehr bekommen, wie das Ganze ausgegangen ist. Auf jeden Fall ist dieser Fehler jetzt auch behoben worden und, äh, echt gut, weil, was will man damit machen, wenn man dann gar nicht mehr, äh, die Controller anmelden kann? Das, äh, ist echt schlecht, also das ist Punkt 10 und dann haben wir Punkt 11, ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass Streaming, Bildschirmaufzeichnungen, Fehlschlugen und Aufnahmen nicht exportiert wurden. Ähm, hab ich auch noch nicht gehabt, hab ich auch noch nicht gehabt, ähm, ähm, auch wenn ich, ich glaube, ich hab, von meinen Aufnahmen hab ich bestimmt so vier Games intern aufgenommen, um auch mal was zu checken, dann ist mir letztens aufgefallen, dass die Aufnahme, ähm, dann auch irgendwie komisch aussah und mir das besser mit Screencast gefiel und hab dann wieder auf Screencast, ähm, umgeschwenkt. Deshalb, ähm, nee, da kann ich auch nicht, ähm, bestätigen, diesen Fehler, aber gut. Ist behoben, der den Fehler schon mal hatte, der ist behoben worden. Dann haben wir zwölftens, ein Problem wurde behoben, dass zur Verzögerung beim Scrollen in der 2D-Umgebung führte. Dass zur Verzögerung beim Scrollen in der 2D-Umgebung führte. Habe ich das schon mal gehabt? Ich meine schon. Das ist mir auch schon mal aufgefallen, ähm, wenn man irgendwie runterscrollt im Menü oder so. Aber, äh, hab ich jetzt nicht so mega als störend empfunden. War bei mir dann vielleicht auch nicht so schlimm. Ein Problem wurde behoben, dass Bildschirm zu Bildschirmflackern führte. Oder verursachte. Ja. Auch gut. Bildschirmflackern ist mir auch schon mal aufgefallen. So. Dann haben wir vierzehntens, ein Problem wurde behoben, dass bei der Aktualisierung des leisen Controllers dazu führte, dass das Headset im Ladebildschirm hängen blieb. Meinen die linken Controller oder leisen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das behoben worden. Und das, äh, Okay, das hat auf jeden Fall was mit den Aktualisierungen der Controller zu tun. Bei jedem Firmware-Update gibt es ja auch eine Aktualisierung der Controller. Und da ist dann wahrscheinlich auch irgendwas hängen geblieben. Ging nicht weiter. Und, äh, ja. Das wurde dann auch behoben. Und dann haben wir fünfzehntens. Ein Problem wurde behoben, bei dem ein schwarzer Bildschirm auftrat, wenn das Headset nach der Aktivierung der Bildschirmsperre neu gestartet und das Passwort eingegeben wurde. Okay, Passwort muss ich eigentlich, äh, fast nie eingeben. Von daher, äh, kann ich das dann auch nicht bestätigen, dass der Fehler dann da war. Sechzehntens, ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass bei der Vorschau und Freigabe von Screenshots und Bildschirmaufzeichnung keine Reaktion auf Klicks erfolgte. Okay, auch, auch nicht schlecht, der Fehler. Also, da sieht man mal, wie viele Fehler wirklich dann auch gemeldet werden, die man gar nicht so wirklich, äh, wahrnimmt. Könnt ihr gerne mal unter die Kommentare schreiben, ob ihr diese Fehler alle schon mal habt, oder welche der Fehler ist euch schon mal aufgefallen. Gerne mal unter die Beschreibung, äh, Kommentare damit. Ähm, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr davon schon mal wahrgenommen habt. Dann, siebzehntens, ein Problem mit der Anzeige von Symbolen wurde behoben, das auftrat, wenn die Vorschau-Seite für Bildschirmaufzeichnungen stumm geschaltet war. Auch nicht schlecht. Also, behoben. Dann haben wir achtzentens, ich hör mal kurz, was ich da, da habe ich ein komplettes Bild von. Ein Problem mit dem Casting-Bildschirm wurde behoben, das dazu führte, dass er nach der Anzeige des Pop-Up-Fensters für die Mikrofon-Berechtigung schwarz wurde. Okay. Okay, sagt mir auch nichts der Fehler. Habe ich auch nicht gehabt. Ein Problem mit Screenshots wurde behoben, das zu falsch skalierten Miniatur-Bildern führte. Okay, habe ich vielleicht gehabt. Ich mache ab und zu Screenshots, ist mir aber auch nicht wirklich aufgefallen. Da bin ich nicht sensibel genug vielleicht, um sowas dann zu merken. So, dann haben wir noch zwanzigstens. Da haben wir auch ein ganzes Bild von. Ein Problem wurde behoben, dass die Anzeige einer Warnmeldung verhinderte, wenn die IPD-Reduzierungstaste bei einem Wert von 62 mm weiterhin gedrückt gehalten wurde. Okay, das hatte ich noch nie, weil immer, wenn ich dann runtergegangen bin, kam dann auf jeden Fall auch so eine Warnmeldung. Das hatte ich noch nie, aber es ist auch ein Fehler gewesen. Dann haben wir ein zwanzigstens. Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass beim Aufrufen des Startbildschirms nach einer Online-Controller-Aktualisierung das Controller-Modell und der Zeiger nicht angezeigt wurden. Also die hatten scheinbar echt große Probleme, deshalb auch die Rückmeldung da von einem Zuschauer, Zuschauerin mit der Kontrolle-Aktualisierung. Da gab es wahrscheinlich einige Problemchen. Aber wir haben sogar mehrere als 24 haben wir sogar. So, dann haben wir 22. Ein Problem mit dem Video-Player wurde behoben, das dazu führen konnte, dass nach dem Klicken auf Vollbild und gleichzeitigem Drücken der Einschalt-Taste zum Ausschalten des Bildschirms der Bildschirm auch nach dem erneuten Aufhecken des Bildschirms schwarz blieb. Boah, was für eine Kombi. Also ich drücke in der Brille im Video-Player Vollbild und drücke gleichzeitig die Einschalt-Taste zum Ausschalten des Bildschirms. Also okay. Also Video-Player habe ich nicht oft benutzt. Einmal zu einem Video und dann habe ich auch nie mehr dazu Zeit gehabt. Also bei mir ist Zeit ein echt großes Problem. Ich würde echt viel mehr gerne zeigen zu mehreren Brillen, aber ich habe einfach auch privat viel zu viel um die Ohren und komme leider nicht zu allem. Also da müsst ihr mir da auch irgendwie ja, Verständnis für haben. Mir macht es mega viel Spaß. Ich könnte jetzt auch ein Video machen, das ich aufhöre. Mache ich aber nicht, weil es macht mir einfach mega viel Spaß, auch wenn ich Zeitstress habe ab und zu. Aber YouTube macht mir einfach mega viel Spaß, die Spiele zu testen, Hardware zu testen. Und ja, deshalb bleibe ich auch dabei. Und ich habe jetzt auch leider keine Quest 3 mir kaufen können, weil ich meine Heizung erneuern musste. Und ja, Money makes the world go round und ohne Money keine Quest 3. Die hätte ich auch mega gerne auf meinem Kanal getestet. Ich bin kein Pico-Fanboy, ich bin kein Pimax-Fanboy oder sonstige Meta-Fanboy. Ich bin ein VR-Fan und ich liebe VR, von daher ist mir das egal, was da für ein Label draufsteht. Wenn ich mir die Brille anziehe und mir gefällt die, ist mir das egal, von welchem Hersteller das Teil ist. Und mir muss es gefallen, mir muss es Spaß machen. Und mir macht VR Spaß, mir machen die Testspaß. Egal, ob ich jetzt Hardware- oder Software-Tests mache. Und ich versuche dann, nach meinem besten Wissen und Gewissen, dann euch auch ein Review zu präsentieren. Werde positive, negative Punkte auch immer benennen. Und ja, ich glaube, das sieht man an meinen letzten Reviews, dass die auch vollkommen in Ordnung waren. Mein Pico-Review, mein PSVR-2-Review, da habe ich alles genannt, was mich so stört. Und ja, das nur mal dazu. Ja, also, diese geile Kombi vom Problem vom Video-Player ist auch behoben. Dann haben wir Anomalien im Room-Capture-Vorgang wurden behoben. Okay, Anomalien im Room-Capture. Ja, also da mir die Durchsicht von Room-Capture sowieso nicht so wirklich gut gefällt. Bisher bei keiner VR-Brille. Die Pico-Durchsicht ist okay, aber mehr auch nicht. Und da soll die Quest 3 ja jetzt besser sein. Und habe ich leider noch nicht testen können, aber alle anderen Brillen, da gefühlt mir das nicht so. Und mir ist dann auch sowas nicht aufgefallen an Anomalien. Dass wir da irgendwie Artefakte oder sowas haben, weiß ich nicht. Ja, dann haben wir Punkt 24, der ist eigentlich bei jedem Firmware-Update dabei. Systemleistungsstabilität wurden verbessert. Ja, also das ist relativ viel, muss ich sagen, was da behoben wurde. Ich weiß nicht, inwieweit die ganzen Verbesserungen, also das waren jetzt eine Riesenliste an Problembehebungen, was jetzt an Verbesserungen wirklich super neu drin ist, was für uns dann super ist, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht so wirklich beurteilen. aber, ja, auf jeden Fall ist da einiges passiert und das ist das Wichtigste, dass da wirklich daran gearbeitet wird und das macht Pico und das merkt man auch. Die Firmware-Updates kommen auch meiner Meinung nach ja, relativ zeitnah immer. Es ist alle jeden Monat, jeden zwei Monate. Ich bin mir jetzt da gar nicht sicher, weil die Zeit so rennt. Aber ich glaube, auf jeden Fall alle zwei Monate kommt da ein Firmware-Update raus und es wird auch was verbessert. Und, ja, also ich kann mich da nicht beklagen, muss ich sagen. Und, äh, ich bin da zufrieden mit den Fortschritten. Ich habe immer gesagt, man muss Pico da Zeit geben. Die werden den Vorsprung von anderen VR-Herstellern nicht in so kurzer Zeit dann komplett tilgen oder neutralisieren können. Das funktioniert nicht. Und ich lese so oft, wenn Leute fragen, ja, was soll ich mir kaufen? Eine Quest, eine Pico, und, äh, ja, dann kommt von sehr vielen Leuten, ja, Quest, weil die Bibliothek ist voll, Pico ist leer. Und das stimmt einfach nicht. Am Anfang war die Pico-Bibliothek sehr ziemlich leer. Das, äh, da bin ich auch dabei. Aber die haben schon viel, viel, viel getan. Und, äh, also, wenn man die ganzen Spiele wirklich testen will oder zocken will, die in der Pico-Bibliothek drin sind, dann aber, ähm, dann habt ihr echt viel Zeit, muss ich, muss ich ganz, ganz klar sagen. Also, äh, die haben da gut nachgelegt und legen auch immer noch nach. Also, äh, ich kann nicht behaupten, dass da, äh, wenig kommt. Klar, die Quest-Bibliothek ist immer noch voller. Da, äh, klar, das, wie gesagt, das wird man nicht in, in ganz kurzer Zeit neutralisieren können. Das ist auch ganz klar. Und die, die Firmware-Vorsprünge, die Meta jetzt hat, die wird Pico auch nicht super schnell aufholen können. Und, ähm, das ist ganz klar. Ich bin gespannt, wenn wirklich jetzt der, der Nachfolger kommt von der Pico 4, was dann wirklich auch Firmware-Technik drin ist, äh, was für Verbesserungen wir haben. Und dann kann man erstmal wirklich vergleichen, Quest 3 und Pico. Und, äh, ich brauche jetzt keine Quest 3 mit der Pico 4 zu vergleichen. Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn, weil die Hardware zu unterschiedlich ist. Und, äh, die Quest 3 halt einen komplett neuen Chipsatz drin hat, der ja auch viel mehr Leistung bringt. Von daher brauche ich das da gar nicht mit vergleichen. Das ist wie Äpfel und Birnen. Kann man auch nicht vergleichen, wie man so schön sagt. Also, äh, auch nochmal zu meinem letzten Video, äh, von den, von den Pico Leaks. Äh, da habe ich so, meiner Meinung nach aus, so krasse Kommentare bekommen, die schon in, in Bereich Pico Hate gingen oder, oder Meta-Fanboy. Und ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Äh, wir können uns alle freuen, dass VR weitergeht, nach vorne geht. Und, äh, ja, ich habe natürlich extra einen Titel genommen, das macht jeder, fast jeder YouTuber, der muss halt ein bisschen reißerig klingen und wird die Quest 3 gegrillt. Ähm, ich fand den eigentlich ganz witzig, äh, den, den, den Kommentar oder den Titel. Von daher habe ich den auch genommen. Und, äh, das war aber auch rein nur von den Specs her. Wenn man sich die Specs ansieht, kann man sagen, ja, da, da wird, äh, der, der, die Quest 3 gegrillt. Und, äh, das war aber auch mehr just for fun als alles andere. Also, ich, ich bin VR-Fan, wie eben schon erwähnt. Und ich, ich mag alle VR-Headsets. Und, äh, ja, mir muss das Spaß machen. VR muss Spaß machen. Die Brille muss Spaß machen. Und, ganz ehrlich, ich habe noch keine perfekte Brille aufgehabt. Egal welcher Hersteller. Und, äh, das wird wahrscheinlich jetzt bei der Quest 3 auch so sein. Die wird auch nicht perfekt sein. Es gibt noch keine eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön sagt. Und, äh, da müssen wir uns alle noch gedulden, bis da wirklich, äh, mal das perfekte Headset kommt. Wenn es denn überhaupt irgendwann mal kommen kann. Weil unsere Köpfe so unterschiedlich sind. Und jeder hat dann irgendwo, hat man was zu meckern. So, das war das Wort zum Mittwoch, ne? It's Wednesday, my dudes. Und, äh, ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch's gefallen hat, gerne ein Like raus. Abo-Button wäre echt nice, wenn ihr mich dahingehend unterstützen würdet. Und, ja, gerne mal eure Kommentare da rein, wenn euch irgendwas mal aufgefallen ist von den ganzen, äh, Problemen, die wir hier eben durchgegangen sind. Oder, äh, ob ihr irgendwas noch, ja, zu bemängeln habt. Oder, was ihr euch wünscht für die nächsten Pico-Firmwares. Äh, da würde ich mich echt freuen, wenn ihr dahingehend was schreiben würdet. Können wir gerne mal drüber diskutieren. Und, ja, ich bin jetzt erstmal raus. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.